Danke fürs Roten! Ihr habt abgestimmt. Endlich konnten wir die Spenden aus unserer Aktion Novum teilt Jubiläumskäse vergeben. Und das war ein ganz besonders schöner Tag. Wir haben einen Roadtrip gemacht und durften die 1.500 Euro Spende persönlich überreichen. Das sind die Kinderengel Rhein-Main aus Frankfurt. Und diese wundervolle Organisation hat eure Abstimmung gewonnen. Die Freude und Herzlichkeit dieser tollen Frauen war einfach herrlich. Wir von Novum haben uns gedacht, wir stocken den Spendenbetrag nochmal um 1.500 Euro auf, sodass wir alle zur Auswahl stehenden Organisation etwas unterstützen können. Also ging es weiter und wir haben auch FIPS Rüsselsheim e.V. besucht und wurden so herzlich empfangen. Danke für eure immens wertvolle Arbeit und alles, was ihr leistet. Danach ging es weiter nach Wiesbaden zur Bärenherz-Stiftung und auch dort durften wir einen Einblick in die bedeutsame Arbeit dieser Organisation bekommen. Vielen Dank für das tolle Gespräch und eure Zeit. Und auch das Tierheim Rüsselsheim bekam eine kleine Stärkung für das hart arbeitende Team und ein wenig Unterstützung für unsere geliebten tierischen Freunde. Danke, dass es euch gibt. Und ein Riesendank an euch alle da draußen, die unsere Jubiläumskäse gekauft und somit Novum teilt unterstützt haben. Und an alle, die mit abgestimmt haben.